Celia Okoyino Dambabi hat ihre Unterschrift gesetzt. Die Torjägerin spielt ab der kommenden Saison für den 1. FFC Frankfurt. Wie der siebenmalige deutsche Meister mitteilte, erhält die Nationalspielerin bei den Hessen einen Vertrag bis 2016. Die 25-Jährige hatte vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sie den finanziell angeschlagenen SC Bad Neuenahr nach neun Jahren verlassen wird. Danach war auch über einen möglichen Wechsel nach Frankreich spekuliert worden. Nun ist klar, die Stürmerin bleibt drei weitere Jahre in der Bundesliga. Untertitelung des ZDF für funk, 2017